ich habe kein scope hey ich habe keine heilung da hältst du noch einen der hältst du irgendwo hier hier oben hier 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 bei mir ich habe keine heilung kreiskollaps steht bevor alle man in sicherheit habt ihr heilung? ja wallah hat so gar nichts komm komm alle äh wie man alter hier jola schnell schnell komm hier hier bevor er ihn finisht wie ist er da? wo ist der der bastard was sind losen los er ist hier schnell schnell halin ich habe nur noch 8 leben halt dich durch komm her komm her hier sind die gelandet auto die 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 haben alle kein heilung die 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 wir auch ich hab kein Ich hab keine Muni mehr, man. Alter, Alter. Ey, der geht seinen Kollegen hier in die Nudolen. Das ist doch blöd. Er kommt jetzt. Weiterer Call-Up seraten. Begebt euch zur angezeigten Sicherheitszone. Oh, oh, ich hab keine Heilung. Nein, komm mal, wir sind weggedeckt. Ey, ja, man, ja, ja. Nein, du bist am Arsch, ticke. Mach Parikado, versuche aufzuklettern. Ey, Stoffe 3, man. Mann. Digga, du hast nur noch 20 Sekunden. Wie viel, wie viel noch? Dann kommst du wieder rein. 15 Sekunden. Halt dich durch, Alter. Digga, du musst trotzdem weiter, du stirbst sonst. Ich weiß. Nein, nein, nein. Okay, ja, lege. Er ist mir tot. Alter, schaffen wir nicht. Lass auf Frank, ich komme direkt runter. Er ist mir tot. Komm mal, komm mal. Nein, bitte nicht, bitte nicht. Ey, hier ist sogar Vorrede. Ey, guck mal, wo ist er, ich bin. Alle, alle guck mal. Warte mal, wo denn? Warte mal. Nein, nein. Komm mal, gull. Komm mal, gull. Wollah, vorrede ich. Bleib hier, bleib hier. Ey! Mann, der Kudum. Gib mir Heilung, gib mir Heilung. Allaah. Jetzt habe ich keine mehr. Fertig. Aber guck mal, wie er entleert. Was hat er gesagt? Guck mal, wie er entleert. Guck dir, sagt der Staubsauger, Alter. Ich brauche einen Rucksack, ich brauche den, der hat es. Panserung. Weiterer Kollaps erwartet. Begebt euch zur angezeugten Sicherheitszone. Ja, da sind ein paar Leute, da laufen auch Gegner auf dem Berg. Malle, ich habe nichts. Ich brauche einen Panserung. Ich brauche einen Panserung. Ich finde nur einen Lauf nach dem anderen hier. Ey, da ist bestimmt eine Kiste. Geh rein, schnell, 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 bevor die Zone kommt. Alter, das ist noch nicht aufgemacht, weil ich gehe schnell rein. Vorratslieferung unterwegs. Tja, vollah, ja. Bestimmt Titan Gold. Nein, das ist noch eine Kiste. Wo? Guck mal, wo du gerade warst, in der Ecke. In der Ecke. Gibt es schon? Da in der Ecke. Bei dem Container. Hier habe ich schon aufgemacht. Nein, Alter. Hier ist nichts. Guck, hier ist eine Kiste. Hier ist eine Kiste. Wo, Mann? Wo? Wo? Da, diese Holzkiste. Hast du die nicht gesehen? Diese meinst du? Ja. Ey, du verallst mich gerade, Nala Lake. Du guckst doch mich nicht so. Ja, Schack. Aber vorhin habe ich dir zugeguckt. Ey, hier ist die zweite Kiste. Ich brauche Panserung, ja. Wieso? Ich habe doch gesagt, dass es nix ist. Du hast mich auf mich gehört, Samy. Ey, hier ist mal... Ey, hier ist einer! Abo, ich dachte, ihr hört das. Wo ist der? Tot. Ey, wir müssen über Wasser rüber, ne? Wo ist der irgendwo? Und rechts snipen welche. Ey, Alter! Ey, Alter! Gib mal 556, Amin! Gib mal 556, ich lasse mir das weggenommen. Ich gebe dir nix. Ich gebe dir nix. Du komm aus der Zone, Digga. Amin, gib mal 556, ich habe keine Immunie für 56. Warte mal. Amin. Gib mir eine Panzerplatte. Was? Ich habe keine. Ich habe eine, kann ich dir... Hier, hier. 556, sagst du? Yes. Ey, ich brauche auch 556, Alter. Hier. Ich kann euch heben. Wo denn? Achso. Ey, hier hat jemand Kletterhaken gezogen. Ach, hier. Luli, hast du auch 556? Ey! Ey, Junge! Weiß ich nicht, Bruder! Der guckt mich noch an. Ich bin tot. Er ist auf dem Dach. Ah, von rechts wird geschossen. Ey, Hilfe! Der hat mich getroffen. Ey, 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 ey. Der hat mich getroffen. Ey, ey, ey. Der heilt ihn jetzt gerade. Ja, ich heil dich auch. Was soll ich machen? Ey, ich brauche Heilung. Ich brauche Heilung, Alter. Wir sind mehr hier. Wir werden von allen Weiten, von allen Weiten, Alter. Kommt zu, kommt. Ich brauche Heilung. Wir haben es leider noch. Wir haben es leider noch. Ey, hier sind welche. Verstehe ich nicht. Wo war der? Hier haben wir eine Tasche holen. Ich abheile. Und da liegt eine Zweierpanzerin in der Garage. Lager. Lagebericht. Kreiskollaps droht. In Sicherheit. Aber Wanda, du hast alles. Alles. Ja, wenn ich mal dazu kommen würde, euch zu geben. Ich habe gerade zwei Kisten da. Die haben Sensorfeil, oder? Ja. Ey, da, da, da. Die kommen. Ey, Abo. Hier sind so viele Wanda. Nein. Wow, so viele sind bei mir gelandet. Wanda. Von jeder Seite haben die geschaut. Wie gehe ich nicht aus. Wie geht es? Ich bin so viel zu tun. Wie geht es? Das war's. Ich bin so viel zu gef�'n. carrying auf die Scheredung. Ich bin so leid. Wie geht es. Wie geht es? Ich bin so viel zu sehen. Es ist nicht so viel zu sehen. Aber was ich nicht so viel zu sagen. Da hast du nicht gesehen? Ja doch doch, aber das soll ich machen, Läger Oh, von hinten drauf Und? Und tot Boah, die alle nur auf den Schiefer Jetzt kannst du die überfahren. Die haben es vergessen. Da. Und dort, halte ich erst, halte ich erst. Tops. Jawohl. Hey, was soll ich? Jammer. Jammer. Da war noch einer. Ja, da war noch einer. Ja, Mann. Ey, ey. Ey. Und dort. Ey, aber ey, er ist tot. Guck mal, er hat einen Fehler gemacht. Ja, er ist deswegen ein bisschen ausgestiegen, Bruder. Als der andere. Aber warum hat das nicht geklappt bei denen, Alter? Manchmal klappt das nicht, ja. Das ist scheiße. Du bist dir so sicher, dass er stirbt, aber manchmal kommt dir so vor. Du hörst schon dieses Geräusch, dieses Zerquetschen-Geräusch. Ja, so die Knochen, die gebrochenen Knochen. Nuri kommt nicht raus. Nuri kommt nicht raus. Nevi, Alter. Nevi, Meral. Ich sag denen, ey, die haben Tekken gespielt, ne? Ich hab gefragt, warum nicht Mortal Kombat oder Sprite oder so. Die haben gesagt, weil wir haben unter 18 Leute. Wallah. Und Tekken ist es ab 12 oder was? Ab 16. Wallah, ich verstehe die Deutschen nicht, ja. Die müssen die Regen halten, ja. Komm her. Bei der Nummer. Die Regen halten. Die Regen halten. Bei Tekken ist ein, äh, kennst du den von Streetfighter, diesen Akuma? Ja, der ist bei Tekken drin, ne? Ja, wala, der ist der einzige, der ich den kenne, ne? Der ist auch der stärkste da, finde ich. Nein, wenn du immer so, also du gehst, dann ja, aber ansonsten nicht. Ey, komm mal raus. Ey, warum sieht bei mir aus, ey? Ja. Ey, wala, meine Waffe, ne? Auseinander. Murdov, komm raus jetzt, komm.